Ah, ein wenig Ruhe. Genießen. Ah, nein, stimmt ja. Hahaha. Oh, du. Du bist es. Hast mich erschreckt. So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marse Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst. Ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber den Luder hat mich fast geküscht. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitter. Hey, was war kein Scheiß? Nein, nein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein, nein, nicht hin. Ich hab die Fisch. Die Fisch. Ich hab die Fisch. Ich hab die Fisch. Jeph. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann wollen wir doch mal gucken. Der beschissene Origami-Killer Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Hä, was? Irgendetwas hat der Killer gesucht. Scheiße, eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Seine Jackentasche. Ich hab sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Paco Mendez. Diese Kreditkartennummer kann man eh mal auch mal so rausfinden, ey. Super. Madison Page. Schon wieder. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Oh, da ist auch noch was. Na, meine Dienstwaffe. Die sollte man natürlich auch wieder mit. Da ist auch noch was. Kaliber 45. Halbautomatik. Kaliber 45. Ja, das war's dann soweit hier im Büro. Der Kampf ist vorbei, leider. Die Fische sind auch tot, leider. Die Fische sind auch tot, leider. Die Fische sind auch tot, leider. Also man merkt, man kommt dem Killer immer näher, aber er entwischt halt immer noch. Es könnte theoretisch immer noch Ethan sein. Oder Gordy Kramer. Das sind ja die einzigen Hinweise, die wir haben. Und John Shepard ist der Deckname. Die Frage ist, wurde Gordy Kramer adoptiert oder Ethan? Man weiß es nicht. Noch nicht. Wogemerkt. Wir schauen einfach mal weiter. Die Steuerung, die ist trotzdem echt vor. Ich glaube, muss ich dann eher zu meiner Playstation, dann so und dann kann ich das ganz schön machen. Boah, der Arme, ey. Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Und ich konnte es nicht. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann es beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Ja. Uf. Ich musste das einfach tun. Ja, äh... Nein! Nein! Alter, jetzt hören die das gleich wieder. Ja, okay. Das geht, also wenn ich das so mache, dann zu Playstation-Hindies dahinter mit da. Da, da ist sie irgendwo. Dann geht das. Holy Crap, Alter, das ist halt da, da, da! Ja! Ja! Oh mein Gott, ey, was macht ihr da? Ja! Lass den Boden ganz! Mann! Warum ist es wieder im Shirt? Oh Gott! Äh... Äh... Oh, kennt ihr das auch als Kerle, wenn die Frau neben einem liegt? Immer auf dem Arm und dann immer so irgendwann so nachts. Schatz? Schatz? Schatz, bist du wach? Und sie reagiert nicht. Und du weißt, du kannst dein Arm wechseln. Das ist... Oh! Epic Arm-Freedom! Oh! Oh! Hahaha! Das ist... Oh! Oh! Wenn Bibi manchmal bei mir auf dem Arm liegt, das... Oh! Also nicht diese kleine Bibi hier, die große Bibi. Die große. Nicht die kleine. Kann ich... Ich kann nur hingucken. Okay. Gott sei Dank. Boah, der ist so abgefuckt, der Arme, ey. Hahaha! Dino! Hallöchen! Schön, dass du auch wieder dabei bist. Also was du verpasst hast, du hast nur einen Kampf verpasst und der Origami Killer ist jetzt quasi das erste Mal aufgetaucht in Person. Und wir haben rausgefunden, dass der Origami Killer mit dem Decknamen John Shepard unterwegs ist. Das ist aber ein Junge, der vor über 30 Jahren verstorben ist. Er hatte aber einen Bruder und er ist auf einer Baustelle verstorben, weil er da im Regenwasser quasi... Er hat... Er hat gespielt auf der Baustelle. Und im Regenwasser... Ähm... In einer Baustelle, in einem Boden ist er hängen geblieben und ist dann da tatsächlich ertrunken. Ja... Chaos Keks, du hast recht. Ich verstehe es selber nicht. Aber ja. Ja... Ja, du hast recht. Zieh dir mal neue Klamotten an, Junge. Irgendwas anständiges. Mein Gott. Ich hole dicht. Die letzten Buchstaben. Und der Regen fällt unaufhörlich. Moment, da war noch was. Nein? Oh, Junge. Na super, warum machst du das? Bist du draufgetreten, oder? Das war ja klar. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Ethan, was ist denn los? Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Du hast mich gut verartet, für eine scheiß Reporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, nein, ich schnappte den Origami-Killer. Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert! Ethan, es ist anders als... Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen! Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch! Es stimmt. Ich bin Reporter. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und... Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du... Dass du... Mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Verzeihen. Es tut mir leid, Ethan. Es tut mir... So leid. Du gehst. Nicht wahr? So, den letzten Aragami-Figur. Ich will nur schauen mit den letzten Buchstaben. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. Ich hole was zu essen. Nicht weggehen. Ich bin in 10 Minuten zurück. Ja, eigentlich schon. Eigentlich sollte er sich wirklich was anderes anziehen. Seht ihr auch gerade, was ich sehe? Komm schon, wie war die Nummer? 207 war das. Komm schon, na los. Nimm schon ab. Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Wir haben ihn immer noch nicht. Stopp ihn! Der Brief! Er ist auf dem Balkon! Er ist auf dem Balkon! Oh Gott, alter, mit dem Finger. Das müsste auch unglaublich wehtun, glaube ich. Oh mein Gott. Äh, hoch. Oh. Oh Gott. Echt yep. Oh Gott, okay. Also die fahren ja gerade alles auf, ne? Aua! Das war knapp! Hey, was soll denn das? Theoretisch hätte er machen können. Theoretisch ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Die Ermittlung ist vorbei. Sie ist vorbei. Sie ist vorbei. Ich bin vorbei. Die Ermittlung ist vorbei. Sie ist vorbei. Der Herr! Der Herr! Ah, ah, shit. Na, wer ist sich jetzt sicher, dass er eventuell der Origami-Killer ist? Na komm schon, schüttel, schüttel, schüttel. Na, hallo? Hallo, ich hab doch... Ich mache L1? Ich muss mich verarschen. Ja, hallo? Jetzt geht's. Dann komm jetzt, mach! Raus mit den Händen, super, sehr schön. Aufwachen! Nein! Er hat sie da gelassen! Warum? Oh, das, äh... Oh, scheiße. Eigentlich wollte ich sie nicht da lassen. Oh, fuck. Bastard. Ich bring ihn um. Oh, scheiße, Alter, ist noch einer gestorben. Oh, mein Gott. Alter, jetzt gibt's Rache dafür. Oh, schüttel! Upsen! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Soooo Jetzt wird aufgeräumt Ah nein Sind angeschossen worden einmal Ich bin aufgeräumt Was für Schüsse hat der denn im Magazin ey? Stopp! Nicht weiter! Ich schieße! Blöder Wichser! Bitte, tun sie... Mistkerl, Lauren ist tot! Sie haben sie getötet! Halt, Halt! Bitte! Ja, Hallöchen! So weit ganz gut. Und dir? Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer! Nein! Er ist unschuldig! Er ist kein Killer! Kein Killer! Sie scheiß Lügner! Raus mit der Warte! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Letzte Chance! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Oh! Oh! Stopp! Stopp! Bitte! Mach ihn fertig! Ich sag alles! Ich sag alles! Raudi... Raudi wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein... Wie der Origami Killer! Er entführte das Kind! Er hat ihn zu lange unter Wasser gedrückt! Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel! Er hat's mir erzählt! Er weinte! Es tat ihm alles so leid! Was ist auch wahr! Gott... Gordi ist mein Z... Erzählt nicht! Was? Der Junge, das Opfer! Erzählt nicht! Eine Straßenratte aus der Gosse! Ach... Sie widerlicher Haufen Scheiße! Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Graben? Mir... Das ist nicht schön knallab! Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam! Ich vergesse es nie! Dann schau zu... ...und hab Spaß! Ich blume dorthin! John hat einen Bruder! Was ist mit ihm? Ich weiß nicht! Adoptiert, glaube ich! Die Mutter! Fragen Sie die Mutter! Sie heißt Anne! Anne Shepard! Die kleine Lauren! War eine Hure! Vergessen Sie sie! Arbeiten Sie für mich, Shelby! Ich zahle gut! Dann können Sie alle Männchen aus... Halten Sie verdammtes Maul! Kapiert! Schnauze! Karo! Hallöchen! Vielen Dank für deinen Raid! Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Weißt du was? Stirb du Sau! Ich gehe! Ich gehe! Ich befehle es Ihnen! Kommen Sie! Ich befehle es Ihnen! Kommen Sie! Ja, Hallöchen an alle Lieben, die jetzt gerade mit dazu mit dem Raid hier reingestoßen sind bei mir! Reingestoßen! Ah, da haben wir schon wieder! Ah, Entschuldigung!